Und diesmal ein Blender Humble Bundle, das Blender Animation & Games Pack Book Bundle für 16,52€. Insgesamt sind es 13 Bücher. Wenn dir das Bundle gefällt und du mich unterstützen möchtest, kaufst du gerne über den Support Link in der Videobeschreibung. Gehen wir mal direkt rein. Für mich persönlich startet es direkt sehr interessant und zwar mit dem Procedural 3D Modeling Using Geometrienotes in Blender Buch. Also das interessiert mich sehr allein. Ja, ich glaube für 16€ würde ich mir das schon allein gönnen. 3D Environment Design with Blender. Dann haben wir Squeaky Clean Topology in Blender. Jetzt wird es wieder interessant. Blender Simulations the right way. Game Development with Blender in Godot. Also für Godot Fans auch nicht schlecht. Und das ist Blender 3D Incredible Hard Surface Kram ist das hier. Das finde ich auch extrem geil. Also im Grunde genommen interessiert mich, wenn es um Blender geht, dann entweder sowas hier. Ansonsten nur Hard Surface Kram und Low Poly, wie du ja vielleicht schon weißt. Dann geht es weiter. Taking Blender to the next level. Was ist das? Welches Level ist es denn? Wo wollen wir hin? Geometrienotes. Okay, alles klar. Dann passt das ja hier zu. Dann geht es hier weiter. Shading, Lighting and Rendering with Blender Eevee. Sculpting the Blender Way. Mindmelding. Unity and Blender for 3D Game Development. Also auch was für Unity Fans dabei. Blender 3D by Example. Aber welches Example? Okay, das scheint eher so ein Anfänger-Einführungskurs zu sein. So ein kleiner Blender for Video Production, Quick Start Guide. Also nur Videokram wahrscheinlich. Ja. Und Blender Quick Start Guide. Das ist wahrscheinlich auch wieder für Anfänger so eine kleine Einführung, denke ich mir. Okay, also für 16 Euro das, das und das hier und vielleicht das. Das sind so die, für die ich es auf jeden Fall mitnehmen würde. Schreib mal gerne in die Kommentare, wie du das siehst und ob was für dich dabei war. Leider kein Unreal Engine Buch, aber davon haben wir in der Vergangenheit ja auch schon jede Menge bekommen, denke ich mal. Wahrscheinlich habe ich schon wieder 20 GB irgendwo rumfliegen, habe es immer noch nicht gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass hier auf Discord ein oder zwei dabei sein werden, die das auf jeden Fall interessiert. Wenn du auch mal ein bisschen quatschen möchtest über dein Projekt vielleicht oder einfach eine Frage hast, dann bist du da auf Discord. Herzlich willkommen und wenn du mich unterstützen möchtest, dann auch sehr gerne über Patreon. Hier ist sicherlich für jeden was dabei. Ab 1 Euro kriegst du schon die Projektdateien, zum Beispiel von meinen Tutorials. Und es gibt ja auch noch ein Level, wo ich einfach mal dein Spiel prüfe für eine Stunde. Unten auch vieles mehr natürlich. Ja, ich hoffe das Bundle ist was für dich und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Unreal Engineer, out.